Seid herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3... Ich... Ach stimmt, genau. Lark ist irgendwo da unten! Sucht weiter! Ich darf mich immer noch gruseln. Kacke! Denix Shuttles fliegen in der Gegend Patrouille. Oh Gott! Lass dich bloß nicht blicken! Lass dich bloß nicht blicken! Woher ist der Gefe? Der Gefe... Sieht doch noch in der Hölle Stift. Der Gefe... Ohhhhh! Zweig! Wie ist der Entschel? Ei! In der Gefe... Ich weiß nicht, dass wir die Hände nicht mehr so sehen. Ich weiß, dass wir die Hände nicht mehr so sehen. Ich weiß nicht, dass wir die Hände nicht mehr so sehen. Was war das? Was so hören wir war das? Ich weiß, dass ich da oben hin muss. Ich weiß, dass ich da oben hinbekommen bin. Ich weiß, dass ich da oben hinbekommen bin. Ich weiß, dass ich da oben hinbekommen bin. Fortschritte für Gespräche, Mama. Mama? Das ist aber langsam eng, ne? Alter, hab ich nicht mal langsam genug Teile gesammelt oder wach? Warum denn? also mir gefällt das geräusch nicht ich weiß nicht ob was hier wieder auf mich wartet da das ist gut Ist gut, Start ist gut. Warum bist du scheiße? Komm her! Komm her! Komm raus! Oh, ich habe einfach zu viel Angst, Mama! Oh, ich mache hier irgendwas zu dir. Oh, ich gucke einfach rüber! Oh, ich gucke mich! Oh, ich gucke mich. Ah! Ah! Muss ich nicht. Ja, 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 ja. ok ich habe mich mal festgenommen was du nicht warum ich nicht dahin muss erst mal schön festgetacket ja 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 1 2 3 5 6 5 8 10 13 14 15 15 15 15 15 15 15 Die können auch von da rum kommen? Hör doch auf! So denn! Wer hat man nicht? Du hast man nicht! Genau! Du liegst immer schön schlafen! Komm her! Komm! Komm! Wie lange ist das endlich? Dreckssiecher! Ich verballere mich mit meinem Muni! Was ist das hier? Da muss ich hin. Warum tue ich mir den Scheiß überhaupt an? Da frage ich mich immer wieder. Danke, Fortschritt, bitte Spannend. Isaac, wie Sie selbst bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Was interessiert mich das, ob ich das akzeptiere oder nicht? Diese Folge hatte ich jetzt aber mit Absicht zu kurz. Fortschritt wurde gespeichert. Sehr schön für mich. Mein Horror kann also für heute beendet werden. Für euch allerdings geht es erst nächste Woche weiter. Für mich genauso. Den Rest der Woche werde ich jetzt erstmal schön gemütlich verbringen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid zu Deathspace 3. Bis dahin allerdings habt einen wunderschönen Sonntag bzw. eine wunderschöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.